Herzlich Willkommen, wir sind in der 2. Bundesliga. Bitte, was war das denn für ein geiles Spiel? 11 Tore, ein Wahnsinn. Hertha geht in Führung dreimal, kriegt es nicht auf die Kette und Magdeburg, also ich würde sagen, definitiv mit einem Favorit auf den Aufstieg. Wahnsinn, was sie natürlich da losgelegt haben. Natürlich gerade zum 5 zu 4, muss man definitiv sagen. El Harkoni, natürlich richtig geiles Tor geschossen, definitiv. Und Aslan auch nochmal, das 6 zu 4, ein Hammerspiel. Besser als Fußballfan kannst du das natürlich nicht haben, so ein Spiel natürlich zu gucken und zu feiern und einfach unfuckable, einfach nur geil. Also Magdeburg, macht genauso definitiv weiter, dann kann es definitiv auch für euch noch in eine sehr, sehr coolen Richtung natürlich gehen. Wahnsinn einfach, ein Hammerspieltag, hammer viele Tore und das von